Natürlich habe ich das Interview gehört bzw. im Nachhinein gesehen, was er da gesagt hat. Wir sind hier nicht beim Frauenfußball oder sonst irgendwas. Zum einen, ich denke, das hat er nicht so ganz ehrlich gemeint und wörtlich gemeint. Da muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Auf der anderen Seite geht es natürlich beim Frauenfußball auch hart zur Sache. Und ich glaube, das wird der Marc wissen. Und der Marc wird dafür auch heute so ein bisschen seine kleine Strafe bekommen. Ja, wir haben heute die U17 hier, unsere Jungspunde. Ich denke mal, die werden sich eine gute Strafe ausgedacht haben. Und dann schauen wir mal gleich, was der Marc dazu sagt. Tut mir leid, ich habe das wirklich nicht so gemeint. Das ist manchmal so. Emotionen sind dann, kochen hoch und ist nichts gegen euch versprochen. Kleine Arfe musst du dazu sagen. Ja, nehme ich gerne an. Also Arschbolzen. Also einmal von neben hier Arschbolzen. Und alle sind любовhir. Ich will gleich mal von neben dem. Auch warum ich einfach neuronalde meine glauben, Belliss Notes. Leh, High. Okay, alles. Langheil Desen. juegos über immer sind ist mobil Hand und bet platforms, packs rein. Und die neu교?